Hallo, wie alt bist du? Ich bin zehn Jahre alt. Wie heißt du? Fabian, was machst du hier im Projekt? Ich habe gerade vorhin mit Adriana einen Stand-Motion-Film gedreht. Wie gefällt es dir? Ganz gut. Was für ein Thema interessiert dich hier? Gerade nicht. Stand-Motion. Aha. Wie bist du zu diesem Projekt gekommen? Adriana hatte sich das überlegt und dann habe ich mitgemacht. Was gefällt dir hier nicht? Gar nichts. Was gefällt dir besonders gut? Dass alle freundlich sind und gut drauf. Wie findest du die Leitung des Projektes? Gut. Ich schreibe das Projekt in drei Wörtern. Spaßig, aufregend, besonders. Schön. Du kannst abtreten. Tschüss. 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 plung scheibe. Wells underlying.